s3 betriebswerk wechsel fahren sie diese s3 richtung östen bis münchen hackerbrücke fahrzeuge db baureihe 423 zuggewicht der 280,2 tonnen acht einheiten im zugverband und eine zuglänge von 132,8 metern und damit liebe zuschauerinnen und zuschauer willkommen zurück in transfer 2 auf dem pc zusammen mit mir ich bin felix der weise und wir sind heute noch mal auf der deutschen strecke münchen augsburg unterwegs und befinden uns hier im s bahn betriebshof oder s bahn betriebswerk in jahr zwischen münchen passing und münchen lochhausen wir gerade vorgelesen sollen wir diesen zug als s3 bis nach münchen hackerbrücke fahren aber ihr seht es vielleicht oben in der anweisung und ihr seht vielleicht hier in den anweisungen wir machen heute eine betriebsfahrt mit diesem zug das heißt wir halten unterwegs an keinem der unterwegs bahnhöfe nur in münchen hackerbrücke wo dann dieser zug eben entsprechend eingesetzt werden soll das heißt dieses nicht einsteigen das ist jetzt erstmal sogar richtig so aber jetzt genug geredet wir beginnen damit diesen zug aufzurüsten richtungswander eingesteckt und auf vorwärts gesetzt pzb und sifa eingeschalten dann mache ich für mich jetzt hier noch die instrumenten beleuchtung an damit das ganze etwas deutlicher zu sehen ist so und damit sind wir ja soweit mit diesem zug eigentlich auch schon abfahrbereit und dann kann das ganze losgehen mal gucken ob die bremsen sind alle gelöst und wir rollen los in richtung münchen passing ich habe dieses ja angespielt dieses szenario und ich fand es wirklich sehr interessant weil wir hier pzb und später lzb technisch doch schon sehr aufpassen müssen aber ich würde euch nicht so viel verraten bleibt einfach dran und verfolgt es mitte so wir haben jetzt ein kleines zwerg signal das müssen wir nicht mit ihren aber davon haben wir dann das erste quittierpflichtige signal ja also wir wie gesagt starten jetzt hier zwischen münchen passing und münchen nochhausen und wie gesagt der zug soll nach münchen soll nach münchen hackerbrücke gebracht werden damit ja dann dort als s3 eingesetzt werden kann so die haben wir schon das erste halt zeigen sie sich knall auf dass wir zu fahren also dieses vorsignal mussten wir jetzt anscheinend nicht quittieren aber wahrscheinlich weil das für einen anderen fahrweg bestimmt war aber hier müssen wir schon mal ein bisschen auf die eisen in die eisen gehen denn ihr könnt schon erahnen was ja das problem ist wir kommen wir jetzt hier mit dem zug aus dem betriebswerk das heißt wir müssen uns jetzt erst einmal hier in den mehr oder weniger s-bahnverkehr einfädeln der ist ja in münchen genauso wie in fast allen anderen deutschen großstädten auch ja getaktet das heißt hier findet gerade der ganz normale fahrplanverkehr statt und wir müssen jetzt irgendwo warten bis der dispatcher oder die dispatcherin hier in münchen eine lücke für uns findet wo sie uns eben einfädeln kann wir können ja mal der stellwerk kontaktieren ob gerade platz ist nein auf signalwechsel warten das heißt wir müssen warten haben jetzt die möglichkeit was der reale tfz natürlich nicht hat hier mal einen blick auf die streckenkarte zu werfen und hier sehen wir hier fädeln wir uns halt auf die hauptstrecke der s3 ein und dann geht es hier weiter durch den bahnhof von münchen passing wo wir ja nicht halten sollen sondern der erste bahnhof wo wir halten sollen offiziell halten sollen das ist halt der bahnhof oder der haltepunkt münchen hackerbrücke das ist jetzt hier noch ein stück weiter östlich also ja aber jetzt müssen wir erst mal warten und erst mal schauen wo liegt ja ich der grund und ich vermute dass wir erst noch einen anderen s-bahnzug vor lassen müssen gucken wir mal ob hier irgendwo einer kommt hier ist keiner hier oben na ja wenn wir auf den warten müssen das dauert natürlich jetzt ein paar minuten bis der jetzt hier an uns vorbei gesaust ist das heißt ein bisschen wartezeit hat man ab und zu in diesen schwänzen wird zwei fahrten dieses was wir gerade spielen ist eine fahrplan fahrt die kann auch im reisemodus zu dieser strecke angewählt werden das geht ja nicht mit allen fahrplan fahrten vorteil am reisemodus meiner meinung nach ist die wetterbedingungen und jahreszeiten sind da vorbestimmt und man hat halt nicht immer so die qual der wahl ist jetzt jetzt hier an der vegetation ein wunderschöner herbst tag wo wir jetzt hier eben warten und betriebsfehler jetzt gibt wird es gleich an pfiff geben was haben wir vergessen ja ihr habt es vielleicht gerade gesehen richtig das ist mal wieder wenn man zu viel redet wir müssen selbstverständlich die signallichter natürlich einschalten wenn wir hier mit dem zukunft also das ist schon sehr sehr grober betriebsfehler ähm der ich jetzt eigentlich nicht so hier vorkommen darf so jetzt steht das richtig aber das nicht einsteigen wenn wir uns jetzt hier einfädeln kann das natürlich passieren dass wir einem zug hinterher fahren und vielleicht doch mal an dem s-bahnhof anhalten müssen deswegen würde ich sagen lassen wir mal das nicht einsteigen soweit eingestellt und ja könnten natürlich jetzt aber auch schon das richtige fahrzeug wir können das ja machen dass wir das ganze schon mal vorweg einstellen aber noch nicht übernehmen und zwar sollen wir ja als es drei so wie ich das verstanden habe dann weiter fahren in richtung holzkirchen beziehungsweise der kollege und die kollegin macht das und wir stellen jetzt hier einfach mal holzkirchen das ist das weiteste ziel ist jetzt schon mal vorgewählt aber wir müssen dann letzten endes das nur noch in die eingabe drücken spätestens wenn wir die station donnersberger brücke passiert haben dann können wir ja dann das ganze einstellen damit die fahrgäste in hackerbrücke sofort wissen dass sie dann in ihren richtigen zug steigen ja haben wir ein bisschen zeit umzuschauen hier auf dieser strecke wie gesagt man hat manchmal warte zeit ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern wir hatten doch mal irgendwo auf einer strecke in der warte zeit da mussten wir sogar da mussten wir sehr lange ich glaube eine viertelstunde oder sowas warten ganz so lange wird das ganze heute wohl nicht dauern hier sehen wir auch gerade dass es hier bauarbeiten gibt und hier sehen wir weitere den punkt wo wir losgefahren sind doch zwei weitere abgestellte s-bahn-züge wir sind ja jetzt auch glaube ich am wenn sind wir unterwegs 12 uhr also schülerverkehr wenn das jetzt ein wochentag ist müsste ja der schülerverkehr so langsam beginnen und ja da geht natürlich den der ein oder andere zusätzliche zug auf die strecke aber das ganze gibt es ja auch normal im s-bahnverkehr das einfach mal die züge getauscht werden das weiß weiß ich ein anderer zug jetzt in hackerbrücke endet und unserer zug war sie diesen dann ersetzt es kann sogar sein dass das der zug ist der uns jetzt hier an uns vorbei sausen wird dass der jetzt hier wo soll denn jetzt hier jetzt kommt der kommt es gleich an uns vorbei dass der quasi seine fahrt in hackerbrücke oder hauptbahnhof beendet da aufs abstellt leistet auszieht leist geht und wir quasi dass ein tour übernehmen habe ich selbst schon so bei der s-bahn berlin erlebt dass sowas dann doch durchaus mal vorkommt und das ist jetzt nichts ungewöhnliches ungewöhnliches eher ja also wenn das will ich schon wieder leute hier im zug haben also dass der schon beladen da steht also oder die kontrollieren unsere arbeit aber da kriegen wir auf jeden fall schon anpfiff weil wir mit falschen signal leuchten losgefahren sind so hier drüben saust der zug an uns vorbei auch eine s3 weil es ist ja nur die s3 die von passing aus in diese richtung fährt bis mammendorf kann man übrigens auch hier sehr sehr viele fahrplan fahrten machen das mann durfte bis meisach aber auch die anderen es bei linien kann man hier übernehmen die zwischen passing und hauptbahnhof unterwegs sind die es 4 bis 8 und so weiter also da gibt es ganz ganz viel zur auswahl so jetzt aber dürfte dieses signal hier gleich umschalten sobald der zug den block park settert das aber jetzt getan das bedeutet für uns anfahrten mit höchstens 40 stunden kilometern das heißt wir fahren dem jetzt direkt hinterher das heißt wir müssen hier wahnsinnig aufpassen pzb technisch sicherlich eine sehr interessante herausforderung und zum anreizenden überraschung kommt dann später noch die lzb ich habe es nicht zu ende gespielt aber ich habe es angespielt und das will nicht quittiert werden aber soll mir ganz recht sein 400 m müssten wir schon wieder halten so jetzt fädeln wir uns quasi auf die s-bahn hauptstrecke stammstrecke ein ganz wichtig hat also die fahrdienste leitung hier eine lücke für uns gefunden und das relativ schnell so was kann ja auch mal ein bisschen dauern gerade ich weiß ja auch dass einige tfz also triebfahrzeugführer hier auch auf dem kanal zuschauen und mir dankenswerterweise auch viele tipps geben gerade was diese ganzen zugsicherungssysteme und so weiter angeht wie gesagt ich bin im vorbild kein tfz ich war das auch nie und werde es auch nie sein in diesem leben von daher vielen vielen dank für die zahlreichen tipps die mir ja auch helfen das ganze doch ein bisschen informativer zu gestalten ach so eine ja das habe ich fast schon wieder zwar hat sich auch ein tfz per e mail bei mir gemeldet wenn ihr also fragen an einen echten lockführer habt dann schreibt diese mal bitte in die kommentare und ich würde das dann weiterleiten und da können wir gerne mal irgendwie sowas wie ein frage antworten video oder sowas machen oder vielleicht sogar ein kleines interview müsste ich mit ihm doch mal rücksprache halten also wenn da eurerseits interesse besteht an sowas dann schreibt es mal bitte unbedingt in die kommentare da lässt sich durchaus was arrangieren da vielen dank übrigens auch an den weiß ich nicht ob ich den namen nennen darf also vielen dank an denjenigen die hat mich da mal per e mail schon informiert hat also sehr sehr lieb so was so davon haben wir dann gleich das nächste halt zeigende äh signal wo ist das denn jetzt genau ist das hier und jetzt hat's wieder jetzt hat's wieder auf fahrt umgeschaltet so wie schnell darf ich jetzt bin ich unter 30 gekommen ich glaube bis zu 40 dürfte ich doch jetzt noch mal beschleunigen wie gesagt bei gerade bei solchen pzb technischen dingen bin ich ja auch ich weiß dass ich mich bei den leuchten wenn so in gelb und rot nicht befreien darf aber mit den geschwindigkeiten dürfte ich jetzt zum beispiel auf 40 oder sogar auf 85 aber ich glaube hier darf ich jetzt nur 40 maximal 45 so und ihr seht ja das verwechsel ich nämlich auch immer ganz gerne mal in schwänzen wir zwei fahren sie über den ort oder halten sie an dem ort ist aber wie ich das gelesen habe auch einigen anderen von euch schon passiert so jetzt wollen wir durch den bahnhof von pasing dürfen uns befreien das heißt wir dürfen jetzt auch auf die 60 beschleunigen betrifft hat schon die nächste s-bahn ein verzeiht mir dass ich es nicht schaffe jetzt auf die einzelnen linien zu achten so ja jetzt dürfen wir erst mal ein bisschen beschleunigen mit dem zug aber nicht allzu toll wie gesagt erinnert euch wir haben ja auch hier einen zug voraus gehen wir mal auf die sich davon dass es schon das nächste signal und hin wieder quittieren müssen von daher werde ich jetzt gar nicht schneller als diese 85 fahren die überwachungsgeschwindigkeit hier war ein magnet aber der betrifft er sich aber dieser betrifft uns hier müssen wir schon wieder auf 45 untergehen weil das nehmen ist man schon nicht mehr als gewaschen dabei bleiben weil dazu dieses signal auch passiert hier drüben ihr seht es fährt ein güter zu vorbei die güterzüge und so weiter die bekommt ihr zu sehen wenn ihr eben hier auch andere deutsche strecken und deutsche lockt die es besitzt dann habt ihr die möglichkeit eben auch hier viel mehr kai verkehr zu sehen und auch viel mehr verkehr zu fahren zum beispiel güter zu fahrten mit diverse güter zu glocks beispielsweise der 187 oder der 155 oder eben doppelstock züge zwischen münchen und augsburg oder mit der 425 zwischen münchen und augsburg also da gibt es ganz viele möglichkeiten ihr seht jetzt hat sich hier die lzb dazu geschalten die wird uns dieses ganze verkehr jetzt sage ich mal etwas vereinfachen aber wir müssen schon auf diesen blauen balken ihr seht ihr am streckenmonitor den müssen wir achten wenn der runter geht müssen wir auch mit der geschwindigkeit unter möglichst mit dieser balken zusammen oder etwas vor diesen balken deswegen frage ich es auch nicht so schnell sieht auch dieses g das bedeutet ja schon so viel jetzt nicht mehr beschleunigen sondern anfangen zu bremsen beziehungsweise darauf vorbereiten dass wir gleich unter gebremst werden also hier muss man schon sehr aufpassen wenn man hier empfehle ich fast schon die zugsicherungssysteme zu nutzen auch wenn das ohne vielleicht manchmal so bei so geringen geschwindigkeit sogar noch etwas einfacher ist aber bei ganz hohen geschwindigkeiten empfehle ich immer diese zugsicherungssysteme zu nutzen und wenn wir am lzb betrieb sind ihr seht es ja selbst dann müssen wir keine pzb benutzen lzb steht ja über der pzb weil die pzb ist ja noch fährt man ja auch auf sicht und lzb das ist dann wirklich alles hier computer gesteuert sind ja auch die kabel und diese kabel leiten da die entsprechenden über antennen im zug diese entsprechenden informationen weiter das ganze wird hat über einen großen zentralcomputer gesteuert soweit habe ich das mal gehört das ganze funktioniert so das war es nicht mehr bremsen also das wurde zum rollen so das ist der nächste bahn auf dem wir durchfahren münchenleim von hier zweigen dann unter anderem die s-bahn strecken in richtung in richtung münchen flughafen freising und dachau beziehungsweise petershausen ab also die s1 und s2 s1 nicht wundern hat nordwestlich zwei verschiedene ziele und ihr seht hier haben wir so ein bisschen hier lzb technisch die ziele hier ein bisschen umlich gewesen ein glück dass wir keine zwangsbremsung hatten so wollen wir also hier raus ein blick hier auf die stadt in münchen werfen auch wenn die güterbahnhöfe relativ leer sind der rote fernverkehrs gleisen nicht so viel los ist so und da kommt schon der nächste punkt wieder anbremsen müssen wünschen herrscht garten in 700 meter das ist weil dieser s-bahn zu den wir vor uns haben der hält ja an jedem bahnhof wenn auch nicht lange damit hält er uns auf weil wir machen ja jetzt bis nach münchen hacker brücke eine betriebsfahrt das heißt wir halten natürlich nicht an den unterwegs bahnhöfen deswegen hat der uns so ein bisschen auf aber finde ich hinter eben auch gerade solche fahrten sehr interessant es gibt ja auch so ein wo man so ein szenario wo man der s-bahn ein kurzes stück s-bahn fährt und die erst mal danach abstellen musst du hier ach hier jetzt sehen wir den zug und kurioserweise ist dieses signal aber hier ausgefallen ich hoffe wir kriegen jetzt ja keine zwangsbremsung das waren wir doch fast schon im selben block wie der andere zug der fährt nämlich ja gerade vor uns weg oder müssen wir uns nicht verbinden müssen wir uns nicht mit dem das auf gar keinen fall aber davon haben wir wieder ein halt zeigen das signal das heißt da müssen wir ja wohl die geschwindigkeiten reduzieren das nächste ist da ja dann münchen donnersberger brücke und dann kommt dann auch schon unser zielort münchen hacker brücke also sehr sehr konzentrationstechnisch auf jeden fall und ihr kriegt man eine auszeichnung trainzimmer war das jetzt irgendwas gewesen das ist immer die errungenschaften so da hat es gerade auf null gebremst die lzb und dann geht es schon wieder weiter zur nächsten station die 1,2 kilometer entfernt ist dass ihr seht auch hier in münchen die s-bahn stationen sehr nah beieinander natürlich gucken nicht dass die lzb irgendwann ja zu ende ist aber so weit ist es ja zum glück nicht mehr so sagt schon wieder dass wir nicht mehr beschleunigen sollen also man muss ja sehr sehr genau schauen aber auf jeden fall eine sehr sehr interessante fahrt es ist halt nicht immer so dieses schnöde und stupide von a nach b sondern man hat eben auch mittlerweile ist der reise- und fahrplanmodus so interessant geworden dass man eben sowas wie betriebsfahrt wenn der richter so am anfang von schwänzen wird zwei jetzt den vorgänger schwänzen wird 2020 erinnert da waren ja die fahrplan teilweise ja schon sehr sehr einseitig und über dasselbe a nach b und nichts besonderes hat das und das hat sich mittlerweile seit den jahren wirklich gegeben das ist immer umfangreicher geworden immer interessanter glaube ich gerade eine 4 25 das regional zu wenn ihr das richtig gesehen habt egal wie oft ihr diese szenarien spielt so hier durchfahren wir jetzt münchen donnersberger brücke auch s bahnhof aber auch gleichzeitig für einige wenige regional zu halte punkt so spieler unter der bremse jetzt wieder höher dass ihr seht rauf und runter jetzt zweigt auch die strecke in richtung heißen hofen ab jetzt muss man schon wieder runter gehen bei der bremse sieht motor mit dann haben wir dann aber unser ziel erreicht so das heißt wir können schon mal die eingabe hier bestätigen für das zug ziel so da vorne ist das besagte signal das sind der will uns hier schon runter bremsen vor dem signal einige meter so und hier müssen wir tatsächlich mal ein bisschen warten weil da noch vor uns steht so moment moment wieso hatten wir das jetzt nicht übernommen ich wollte doch das zug ziel für die s3 eingeben zug verband jetzt kann man das nämlich mal machen dass wir nach holzkürchen fahren ich gehe mal davon aus dass holzkürchen unser ziel ist so eingabe und zurück so hast du das jetzt genommen hier drüben fährt der nächste zug an uns vorbei jetzt haben wir aber auch das ziel drin sehr gut okay anscheinend wird der zug vor uns jetzt außer betrieb genommen und wir ja genau der steht halt noch da ach wir sollen wahrscheinlich dann hier auf das nebengleis rüber schätze ich mal und den quasi dass der außer betrieb geht aber der hat schon fahrt also der dürfte normalerweise auch schon abfahren damit wir dann einfahren können ihr seht auch hier die gleise hauptbahnhof tief in münchen sie sind sie liegen zwar aber da gibt es keinerlei stationen irgendjemand hatte das mal geschafft darunter zu fahren aber da ist dann halt nichts weiter so jetzt kommen wir rein so auf geht's dann haben wir nämlich auch diese fahrt hier beendet dauert sagen und schreibe 20 minuten obwohl wir nirgendwo gehalten haben aber eben oder weniger verkehrshalter hat sage ich jetzt mal okay ist immer noch lzb und die lzb erspartein hat das die ganze gewittiererei so sagt er schon okay aber wir können trotzdem glaube ich noch so ein bisschen auf 40 oder so gehen da drüben steht der nächste zug also der s-band takt hier sehr sehr dicht ist auch im vorbild so in münchen also auf der stammstrecke da ist ja alle fünf zwei drei minuten zug aber manche linien dann glaube ich die längsten umläufe auch dann nur wie in berlin alle 20 minuten so dann ein fahrt erwarten auch schon ganz ganz viele menschen die hier anscheinend richtung holzkirchen wollen auch sehr interessant in münchen ist auf jeden fall der berufsverkehr der münchen als bahn da fahrt er die züge nicht sogar doppeltraktion sondern als langzüge das heißt da hast du 34 23 zusammen also das ist dann sehr sehr interessant vor allem diesen bahnsteigen zu halten wo du dann nicht so viel so hat es so wir haben das ziel erfüllt und sehen die auswertung müssen nicht mal die türen öffnen deswegen habe ich das nämlich vorher schon mit dem zug ziel gemacht und wir kriegen die auszeichnung eine schöne fahrt ja und das war das heutige video für euch heute mal ein bisschen länger als im letzten und ja ich hoffe auch das hat euch gefallen wie gesagt betriebsfahrt s-bahn im fließenden verkehr einfädeln und dann aber ich fand es gerade sehr interessant und wenn er so ein bisschen lcb und pc üben wollt sollte das ja das richtige für euch seien dauert nicht allzu lange aber ihr müsst euch schon ganz schön konzentrieren wir haben die goldmedaille geholt ich habe nichts naja doch hätte es erwarten können ja und damit sind wir auch mit dem heutigen video fertig hoffe auch dass euch diese fahrt gefallen hat und ich würde mich freuen wenn ihr am nächsten video wieder mal am startseite bis dahin eine schöne zeit euer felix der weise